Der Nachschau bewegt sich gar nicht mehr, der sitzt nur noch im Auto, der macht alles, der sitzt nur noch im Auto. Wenn Sie den nach der Konfession fragen, dann sagt der ADAC. Was wir alleine an einem Auto sitzen und dann in diesen SUVs und was die sinnlos Sprit verbrauchen. Ich meine, glauben Sie mir, ich kenne mich aus, fahre ja selber ein, weil ich dann höher sitze, als ich im Stehen bin. Du weißt, Sie mögen keine SUVs, macht's ja nichts und kaufen Sie halt die Porsche. So, da müssen wir auch können. Ich glaube ja, ein Porsche beschleunigt deshalb in fünf Sekunden...